Kommen! Ein wunderschöner sonniger Sonntag, meine Freunde, hier auf MöbrickTV. Heute beim Kreisliga-Kick mal ein bisschen zuschauen hier. Ja, und das Besondere an der Geschichte, Freunde, hier was diesen Platz betrifft. Maverick hat hier in der C-Jugend angefangen mit dem Ballsport, damals beim 1. FC Neukölln. Und hier begann meine Fußball-Laufbahn auf Vereinsebene. Ja, weil ich 15, 20 Jahre her, gute 20 Jahre her, habe ich hier die ersten Bergkamp-Flanken geschlagen. Ist schon krass, wieder auf dem Platz hier zu stehen, auch wenn es nur sporadisch als Zuschauer ist. Aber schon ein krasses Gefühl, hier im Ghetto wieder zu sein. Ja, ich schaue mir heute entspannt das Spiel hier an. Gleich geht hier die Wassermaschine an. Deswegen verdrücke ich mich mal hier ein bisschen. Und ja, Freunde, hoffe noch auf ein paar schöne Tore. Und dass es ein schöner sonniger Sonntag wird. Wir hören uns sicherlich dann in dem Kreisliga-Sonntags-Vlog gleich weiter. Da ist der Spritzer losgegangen, Freunde, hinter mir. Der Platz wird bewässert. Ein bisschen nass gemacht, damit man mit den Kunstrasenstiefeln nicht hängen bleibt und sich eine schwere Verletzung zuzieht. Also auf jeden Fall korrekt. Das Wasser kommt bis hier hin, Freunde. Ich bin jetzt hier wieder. Ich bin jetzt hier am Niemals conscious. Vielen Dank.